Na ja, und ja, gefunden. So. Hallo. Ups. Na toll. So, sorry jetzt für die Leute, die bei Patrick zugucken, aber ich baue ihn mal kurz so ein bisschen ein. So. Na, bist du wieder da? Ich hab dich gefunden, ne? Richtig, sieh schon. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Was machst du da? Nichts. Was denn? Das ist noch weiter eingebaut, war ich lange weg? Oder ging? Was relativ kurz weg, ich hab noch mal gesagt, wenn die kommen, äh, kein, nein. Teamvorschläge hab ich noch mal ein bisschen geredet. So, okay, gut. Aber was relativ kurz weg? Ja, ich war nämlich auch noch kurz nach unten. Ja, hast was getrunken oder was zu trinken wollte? Ich muss jetzt auch mal kurz was trinken. Ja, was zu trinken gerollt. Ich bin jetzt gleich eben kurz im Schluck. Ja, muss ich jetzt auch mal kurz machen. Ich bin nämlich nicht in den Keller gerannt, deswegen hat es auch nicht so lange gedauert. Oh. So. Jetzt läuft es gleich über. Gut, jetzt kann ich weiter... Nein! Toll, ey, ich will weitermachen, was mache ich? Ich werfe meine letzte Spitzhacke fast in die Lava. Naja, eigentlich nur ein paar Blöcke weit weg, aber trotzdem. Redstone! Okay, jetzt scheiß ich auf die ganze Kohle. Oh, Gold! Also, auf Gold scheiß ich nicht. Also, äh, da pisse ich nur drauf. Da scheiß ich nicht drauf. Ey, die Wäldchen wieder, ey. Aber hier... Ich hab dich schon wieder verloren. Wieso ich sie... Ach, da oben! Ich bin hier in dem Loch, guck mal. Ich muss auch fast nicht in Lava rennen. Wir müssen unbedingt uns so eine blöde Ender-Chest holen und die immer aufbauen überall. Ja. Weil das Gute ist, wir können die doppelt nutzen, weil wir sie im Multiplayer spielen. Ja. Du kannst die auch aufbauen, Sachen reinmachen, abbauen und wenn du die irgendwann... äh, wieder aufbaust, die Ender-Tool sind die ganzen Sachen immer noch drin. Nein, ich mein, ich mein, wir können die doppelt nutzen, weil du kannst Sachen reintunen, ich kann Sachen reintunen. Bin mir so normal auch. Nein. Normale Kisten. Nein, nein, ich mein, ich mein, Ender-Kisten. Die sind nicht, die sind nicht bei uns beiden gleich. Die haben nicht bei uns beiden, also wenn ich da reinpacke, siehst du's nicht, siehst du's nicht. Nein, oh, 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 oh. Weil hier ist die dann leer. Oh, cool. Und das wusste ich nicht. Und deswegen können wir da draus ne... Alter, was denn jetzt los? Deswegen können wir da draus ne Doppelkiste machen. Das ist das Gute dran. So, jetzt ist das Wasser dann aber weg. Und mach da noch was zu. Okay. Achso, von hier bin ich gekommen. Achso, hier kann man auch runterlatschen. Oh, fassen wir weiter. Okay, ich latsche jetzt mal hier um. Oh Gott. Hier, da oben kannst du auch wieder nach oben. Von da bin ich runtergekommen, das weiß ich. Achso, ich bin gerade eben... Ja, du bist runtergesprungen. Ja. War halt ein bisschen so. Wie so ein behinderter Opiata. Sag mal, bis jetzt Opa spielt Minecraft ab. Den gibt's ehrlich. Das wird so eine Scheiße auf. Der Kanal auf YouTube heißt Opa spielt. Das ist irgendwie so ein 59-jähriger, der Minecraft spielt. Oder 940, ne 59-jähriger, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, mein Inventar ist voll. Was hauen wir raus? Das Tropenholz, ey. Der mach ich 6 raus. Passt das. Und ich glaube, wir können gleich mal wieder Eisen braten, oder? Wie viel hast du? Wie viel Eisen? 64 und 7. Ja, ich hab 64 und 25. Okay, ich bastel uns jetzt gleich mal einen Ofen wieder. Tu das. Hier hin. Oder zwei, besser gesagt. Tu das. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ach, da. Du siehst meinen Namen, aber. Hallo. Oh, Entschuldigung. Ach, ich kann dich ja gar nicht wegpacken. Ne, geht nicht mehr. Justin. Sorry. Ich wollte ja gerade meinen Gold reinpacken und gleichzeitig hast du Eisen reingepackt. Deswegen hab ich das ausgetauscht. Weil es war jetzt... Oh. Ich baue hier hinten mal so ein bisschen zu. Direkt dahinter war Lava. Weißt du was, ich mach jetzt noch mehr Ofen, ey. Ist mir jetzt egal. Noch mehr Ofen. Noch mehr Öfen. Noch mehr Ofen. Öfen, du Ficker, ey. Noch mehr Ofen. Justin. Justin. Soll ich jetzt die ganzen Versprecher aus deinem... aus deinem The Jumper raussuchen, oder was? Mach doch. Ist mir aber geil. Wär auch lustig. Ja, ich... Einfach mal alles zusammenschneiden, ne? Dazu brauchst du aber erst mein Erlaub nicht. Und dann bei dir hochladen. So. Hab nochmal das restliche, was ich dabei hatte, reingepackt. Lol, du hast da oben noch mehr Öfen. Ja, da hab ich jetzt Gold rein gemacht. Ich hab auch nochmal zwei gemacht. Boah, hab ich hier unten auch schon drin. Egal. Dann lass uns jetzt weiter farmen. Wir müssen uns das hier bloß noch merken. Weil hier ist nämlich auch noch Wetschnung und so. Ich mach mir da jetzt mal ein Waypoint hin und den nenn ich Station. Station! Oh, was war da? Stadt... Äh, Brennstation. Brenn... Brennstation! So. So, ich hab mal das Wasser ausgemacht. Kann man sich das nämlich merken. Dann haben wir zumindestens... Das Wasser. Du hast grad die Lava ausgemacht, meinst du? Nein, das Wasser hab ich ausgemacht. Und das Wasser hat die Lava noch mit gelöscht, als ich das Wasser ausgemacht hab. Weil in die Wasserquelle hab ich einen Stein einfach reingebäumt. Weil das Wasser genervt hat. So, ähm... Ich renn jetzt nochmal da hinten her. Ah, nein. Glaub ich tu da jetzt gleich mal eben wieder Sachen in ne Kiste. Ich glaub ich mach da jetzt gleich mal... Oder hab ich noch Holz dabei? Scheiße, ich hab gar kein Holz dabei für ne Kiste. Fühl ich auch nicht. Puh. Scheiße. Ich komm gleich wieder, ne? Ey, scheiße, ey. Ja, okay. Bin ich eigentlich leiser geworden? Ja, ein bisschen. Wow, Küper. Ja, ich hab mich grad zurückgelehnt. Ey, alle Teile sind voll, ey. Alle Öfen. So, fick dich, Küper. Du bist tot. So, den Ofen. Oh, Alter. Leck mir doch die Eier. Ach, ich lass den jetzt einfach noch stehen im Ofen. Alter. Ich jump so... Und? Was ist direkt einfällt dahinter? Lava. Alter, Fug, Alter. Hast du auch noch Eisen? Äh, nein. Ich hab mir aber sieben Eisen rausgenommen gehabt und hab mir mal einen Eimer gemacht. Ich hol jetzt Wasser. Okay, ich mach mir jetzt auch noch mal ein Eimer, ey. Na, Skelett. Witzig mit mir anlegen. Puh, daneben. Einen Eimer. Ich hab zu viel Krims-Krams dabei. Ich hab schon wieder was gefunden, wo er noch gar nicht warnt. So, ich schmeiß jetzt hier erstmal Scheiße in die Lava. Das brauch ich nicht. Zwei Wolle, Bräuern nicht. Alter. Hier ist nirgends vom Wasser. Ich hab hier schon was gefunden, wo er noch nie war, äh, wo er noch gar nicht war. So, mal gucken. Ich hab natürlich auch keine Fackeln dabei. Sehr schlau. Hättest du dir ja geben können. Hättest du mal machen können. Hast du ja nicht gemacht, wolltest du ja nicht. Du Arsch. Hättest du dir die geben können, würdest du nur herkommen brauchen. Ich war doch die ganze Zeit bei dir, du hast mir aber nicht gegeben. Hast du ja auch nicht nach Fackeln gefragt, ne? Ja, du wolltest sie mir ja nicht eher geben. Nein. Hattest du ja keinen Bock drauf. Ja, ja, ja. Oh, Gold. Ich baue Kohle ab und was finde ich? Ganz viel Gold. Wird schon ein 64er Stack und 16 Eisen gebraten. So, ähm, ja, ich hab Kohle abgebaut und sechs Gold dahinter nochmal gefunden. Ja, kannst auch gleich in die Brennstation rein donnern. Ja, wenn ich wiederkomme. Ich baue ja jetzt alle Rohstoffe nochmal ab. Hier sind eh nicht so viele. Okay, jetzt hab ich ne Kohlequelle gefunden. Ne Kohle A da. Alter, auf welchen Level bist du schon? 25, und du? Ich bin 27, äh, ein Hype. Alter, WTF, Mann. Ist doch gut. Ja, verzaubern mach ich eh erst, äh, wenn Better Enchanting mal geupdatet wird. Aber irgendwie kriegt der das voll nicht hin, das zu updaten. Ich mein, da ist natürlich auch viel Arbeit, aber... Gibt's nicht ein Better Enchanting Plugin? Äh, ne, dann, äh, die Mod funktioniert ab 1.3, äh, auf dem Server. Ne, ich mein, gibt's da nicht noch ein Plugin, was schon geupdatet ist? Nein, Plugin gibt's nicht, hab ich schon öfters gesucht. Aber, ähm, da, bei Better Enchanting steht halt auch, ab 1.3, ähm, äh, geht das auf dem Server. Ja, aber wenn das, äh, hätte ja sein können, wenn es das nämlich gegeben hätte, wäre es doch, äh, egal gewesen, weil dann hätten wir erst das Plugin benutzen können. Naja, ja, nur gibt's halt nicht, okay, jetzt, äh, kann ich keine Rohstoffe mehr abbauen, meine Spitzhacke ist im Arsch. Ja, mein Inventar ist schon voll. Ich farme nämlich hier gerade noch ein paar Cobblestones, ey. Ich komm nochmal zurück zu unserem Lager und mach mir, hast du noch Holz für den Spitzhacke, dass ich mir noch eine Spitzhacke machen kann? Ja, das X hab ich noch, fast 64. Hier, Manni. Wo bist denn du? Ich bin bei unserer Brennstation. Ja, warte, ich komm. Hier. Dann kannst du ja auch gleich noch ein paar Fackel machen. Oh, hab ich die wieder aufgenommen? Ja, ich hab einen. Gut. Ja, da kannst du gleich Fackel machen. Hier ist leer. Ich mach mir gleich zwei Eisenspitzhacken. Hier ist leer. Eine Fackel hab ich sogar noch, weil ich eine von dir vorhin aus Versehen abgebaut habe, als ich mich durch die Erde gebaut hab. Also durch den Boden. Ähm, was wollt ich machen? Fackeln, Kohle. So, jetzt hab ich 33. Hab das ganze Holz verbraucht. Ich verteil jetzt erstmal noch die... So, jetzt geh ich wieder zurück, weil da noch ganz viel Kohle und so war. Und Eisen. Ich kann schon nicht mal rennen. Die letzten drei Kekse noch essen, mal greif ich zum Fleisch. Ich hab noch 48 Kekse und 6 Fleisch. Ich esse beides durcheinander. Ja, ich nicht. Ich hab erst die kompletten Kekse aufgebaut, weil... Ja, ich hatte da 2,6 Kekse, die sind jetzt komplett weg. Boah, ich glaube, ich donnergleich den Kies aus dem Inventail. Und das Schießpulver, ey. Ich donner jetzt das Schießpulver aus dem Inventail. Wir brauchen was. Tu das. Das war... Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. So, ich leuchte nochmal alles aus hier, damit wir wissen, dass wir hier schon waren. Eine Erde brauch ich auch nicht. 40 Sticks natürlich auch. Nein, Quatsch. Weißt du, wir fangen sie so weg, ne? Wir finden keinen Ausblick mehr, wollen uns hochbauen und wir haben keine Sticks, um einen Spitzhacken zu machen. Müssen wir uns mit der Hand hochbauen. Ich stelle dir das mal vor, ey. Weißt du, im Singleplayer, mit der letzten Aufnahme, ne? Ich habe nur so gedacht, so scheiße, die ich gemacht habe, da musste ich mich mit... Also ich habe mich nicht per Hand, sondern habe irgendwas zum Hochbau benutzt, weil ich keine Sticks mehr hatte, um eine Spitzhacken zu machen. Ja, bei mir geht manchmal einfach die Spitzhacken kaputt oder ich vergesse eine neue zu machen, weil sie Jumper. Und dann, okay, ich muss halt nur einen Block abbauen da, weil ich die Kühe da... Also da auf einer, auf der dritten Insel gibt es ja schon Kühe. Und, äh, um da wieder rauszukommen, äh, baue ich mich mit dem Block einfach hoch und dann... Also ich baue einen Block ab, äh, gehe hoch und baue den da wieder hin, dann... Weil das dann zwei hoch ist und die Kühe nicht rauskommen. Und manchmal muss ich den einen Block dann mit der Hand abbauen, weil ich keine Spitzhacken dabei habe oder weil die dabei kaputt geht. Ja, ist auch schön. Bzw. musste ich... Jetzt kann ich ja endlich von der Insel runter in den nächsten Aufnahmen, die ich mache. Weil ich jetzt so 54 Bücherregale gemacht habe. Und ein Buch. Für ein Enchanting-Table, alles gemacht. Damit ich da auch auf Level 30 verzaubern kann. Ey, das hat so verfickt lange gedauert, Mann. Die ganzen Bücherregale da hinzukriegen. Bist du jetzt die 1-Stunden-Folge hoch oder was? Nein, noch nicht. Die muss ich noch rendern. Ja, die werde ich aber machen. Ich, äh, The Jumper habe ich vorgenommen, nicht zu schneiden. Die letzten drei Folgen... Ich glaube, die letzten drei oder vier Folgen, da sind, äh, normalerweise 20 bis 30 Minuten und die letzte ist jetzt eine Stunde drei geworden. Äh, mal gucken, wie viel Dings du hast, wie viel Gigabyte das dann bei dir ist, weil du renderst ja noch höherer Qualität als ich. Ist aber auch eine höhere Leitung ein Stück, obwohl die Upload-Geschwindigkeit sollte aber eigentlich nicht höher sein. Keine Ahnung. Was hast du denn für eine Leitung? Ich habe eine 25.000er mit 5.000er Upload-Geschwindigkeit. Du hast Lapis übersehen. Oh. Hier, ganz hier. Okay, da oben habe ich gerade nicht drauf geachtet, deswegen... Äh, hier, warte, dann gebe ich dir mal das Lapis dazu, wie? Weil du wahrscheinlich nicht so viel hast. 27 habe ich. Was hast du dich? Gなsch. Einebereiche etige Frage. Ich meine Mate.